Hallo und willkommen zu einem neuen Review auf meinem Kanal. Heute geht es um, wer hätte es gedacht, Olight, aber ein ganz neues Produkt. Und zwar den Olight Open 2. Und der ist wohl ganz neu auf dem Markt. Ich habe ihn vorher geschickt bekommen. Ich habe jetzt auch einige Tage Zeit gehabt, um ihn ausgiebig zu testen. Da ist er. Ich habe ihn bereits schon ausgepackt. Wie gesagt, ich benutze ihn schon seit ein paar Tagen. Und muss sagen, es ist nicht nur eine Stiftlampe, so wie man es kennt. Man kennt ja Stiftlampen, sondern es ist auch ein Kugelschreiber. Und zwar nicht irgendeiner. Es ist ein sehr hochwertiger Kugelschreiber. Also es wurde hier nicht darauf geachtet, dass man eine gute Lampe hat, sondern auch tatsächlich einen guten Kugelschreiber. Ich hätte jetzt gedacht, gut, die Lampe, die haben sie gut gemacht. Kugelschreiber haben sie reingewurstet. Ist aber nicht so. Er ist tatsächlich sehr, sehr hochwertig. Wir kommen jetzt aber erstmal zum Lieferumfang. Was ist eigentlich alles dabei? Wie kommt der Olight Open 2 bei euch an? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Ein bisschen die technischen Daten hinten drauf. Also er ist in so einer Plastik, in einem Plastik-Case. Hier liegt er normalerweise drin. Und hinten ein Olight-Logo hier. So ein Branding. Hat man wahrscheinlich nicht gesehen. Das ist nur so zu erahnen. Genau wie hier. Sie machen das wirklich überall. Diese Brandings und so. Finde ich auch sehr gut. Ein kleines Detail. So. Die kann man jetzt hier rausschieben. Und dann hat man zum einen hier den Stift. Hatte man hier drin. Er lag hier so drin. Also sehr schön. Den kann man, auch wenn man ihn nicht nutzt, wirklich schön so zu seiner Olight-Sammlung hinzustellen. Des Weiteren ein Ladekabel. Und da komme ich nachher zu, weil das ist ein ganz besonderes Ladekabel, was ich persönlich richtig gut finde. Kommen wir aber nachher zu. Und einen Stift. Äh. Eine Ersatzmine. Und selbst auf der Ersatzmine ist das Olight-Logo. Also das ist... Ich finde das schon irgendwie ganz cool, dass die überall ihre Logos draufpacken. Und das ist auch eine richtig gute Mine. Das ist schon eine von diesen dicken, die auch besonders lange halten. So. Das ist der Lieferumfang. Natürlich ist auch eine Anleitung dabei. Aber wer mich kennt, weiß, die lasse ich gerne weg. Ich erforsche immer alles gerne so. Aber da ist alles beschrieben drauf. Alles, was nötig ist. Ähm. Ich glaube, die meisten Sachen habe ich von ganz alleine herausgefunden. Ja. Die meisten Sachen habe ich von alleine herausgefunden. So. Kommen wir zum Stift. Ähm. Ich halte mir die Sachen erstmal hier weg. Der Stift. Den Kugelschreiber macht man so auf. Und das feiere ich total. wie so ein Sprungmesser. Wie so ein Sprungmesser. Ich bin mir immer dran gewöhnen. Er ist minimal dicker als ein normaler Stift, habe ich das Gefühl. Als ein normaler Kuli. Der ist so ein ganz kleiner Hauch. Breiter. Ja. Gut. Patrone wechseln. Kann man hier unten aufdrehen. Dann die Lampe an sich. Das ist nämlich tatsächlich nur hier oben dieses kleine, kleine Stück. Das ist die Lampe. Hier oben macht man sie an. Ne. So wie man eigentlich den Kuli anmacht, macht man die Lampe an. Auch hier ist wieder eine Dichtung. Das ist alles sehr fest. Ihr kennt ja wahrscheinlich die Verschlüsse von Olight. Es ist wirklich sehr, ja, das Material ist immer sehr, sehr gut verarbeitet. Und jetzt kommen wir zu der Besonderheit mit dem Kabel. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es fokussiert, ist das schon dieses neue Ladekabel. Also ihr wisst, Fachbegriffe bin ich auch nicht so der Held für. Die ganzen Lampen, die ich immer bekommen habe, haben immer noch den alten Anschluss. Und hier ist tatsächlich schon der neue verbaut. Und das ist die erste Lampe, die ich besitze mit diesem neuen Anschluss. Und so lädt man die auch und kann die entweder über eine Powerbank laden oder über das normale Kabel, also über das Netzteil. Wobei ich denke, die kann man relativ gut über eine Powerbank unterwegs auch mal schnell laden. So, kommen wir weiter. Übrigens, wenn man das Ganze ab hat, ich habe das ausprobiert, man kann das unter seine Käppi, unter dem Schirm drunter hängen, weil es ist ja nicht lang und das LED ist da hier drunter. Also man könnte es zum Lesen im Zelt zum Beispiel benutzen oder was auch immer, was man macht. Man hat das Licht dann von oben so runter. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist oder ob ich jetzt da einfach ein bisschen ausprobiert habe. Aber man kann es tatsächlich so nutzen. So, jetzt fängt es hoffentlich nicht an zu regnen. Ich glaube, das ist nur ein Wind. Jetzt kommen wir zu den Leuchtmodis. Ich blende euch jeweils dazu immer das Ganze ein. Wir haben hier einmal den Moon-Schein-Modus mit fünf Lumen. Und ich muss sagen, ich finde es immer sehr gut, dass ein LED nicht nur besonders stark sein kann, sondern auch besonders schwach. Also es gibt durchaus Gelegenheiten, wo man fünf Lumen sehr, sehr gut nutzen kann. Gerade wenn man irgendwo also diese Motorräder hier unbeaufsichtigt, unbeobachtet sein will oder ja, wie soll ich das sagen? Also gerade wenn man nicht gesehen werden will. Also fünf Lumen, dieser Moon-Schein-Modus ist sehr, sehr gut und sehr, sehr ergiebig. Zehn Stunden hält der Moon-Schein, selbst bei diesem kleinen Akku, der hier drin ist. Also das ist schon enorm. Jetzt kommen wir zu dem Low-Modus. Das sind 20 Lumen. Und den kann man eigentlich schon fast genauso nutzen, wenn man den länger braucht, aber ein bisschen mehr sehen will zum Kartenlesen, zum, ja, für alles Mögliche. Also man kann das wirklich zu vielem nutzen. Und da ist die Leuchtkraft zwei Stunden und 20 Minuten. Also man kann, ja, prima daumen, sagen wir zweieinhalb Stunden. Hört sich besser an immer. So, dann 60 Lumen für 50 Minuten. Auch noch viel für diesen kleinen Stiften. Also es ist wirklich, man darf nicht vergessen, wie klein das Ganze ist. Ich zeige das nochmal. Das ist ja wirklich nur dieses Stück. Guck mal, mein Finger daneben. Also das ist der Wahnsinn. Wie klein. Und da ist das LED verbaut, der Knopf und die Batterie. Und das hier ist auch noch das Ladestück. Also hier geht nochmal ein ganzes Stück verloren. Also alle Achtung, alle Achtung. Das ist schon echt krass. 50 Minuten, 60 Lumen. Und mit den 60 Lumen ist man schon über der Leuchtkraft eines Handys. Die Handys, die haben, ich habe das erforscht im Internet, ich wusste es nämlich selber nicht. Die haben ja auch manchmal diese Lampen hinten dran und die haben so zwischen 40 und 50 Lumen immer. So, dann haben wir noch einen High-Modus für 20 Minuten 120 Lumen. Das ist auch, also 120 Lumen für einen Stift, für einen Kuli, den man wirklich immer bei hat und auch als Kuli nutzen kann. Es gibt ja die anderen Stiftlampen, die sind halt einfach nur eine Stiftlampe. Da muss man dann quasi eine Stiftlampe bei haben und einen Kuli, wenn man einen Kuli will. Und so hat man direkt beides in einem Lumen und 120 Lumen für einen Kuli. Alle Achtung! Aktuell gibt es natürlich einen Sale von Olight. Also wenn ihr dieses Video seht, wenn es noch aktuell ist, in der Videobeschreibung sind alle Daten dazu. Es ist ein Elite-Sale und dort bekommt ihr diesen Stift im Moment auch günstiger. ich blende ein paar Sachen davon ein zu dem Preis und ja, also Elite-Sale Olight macht das zwar immer wieder, aber Elite-Sale ist schon was ganz Besonderes und gerade wenn ein neues Produkt rauskommt. Jetzt kommen wir noch zu dem Gewicht. Er wiegt 38 Gramm sehe ich hier gerade drauf. Also 38 Gramm kann man auf jeden Fall machen. Er ist schon ein Gewicht, man merkt das, aber ich persönlich finde das richtig gut, dass man was in der Hand hat und nicht so ein Ultra-Leicht-Käse aus Plastik oder so. Also das ist wirklich richtig massiv wieder, so wie man es von Olight kennt. Wir machen ja viel diese taktischen Lampen und auch hier, da ist eher der Tisch beschädigt als der Stift. Ja. Freut mich auf jeden Fall, dass ich dieses Produkt euch vorstellen konnte und ich sehe das Produkt eigentlich fast an jedermann, der beruflich vielleicht auch ein bisschen frickelt und so, der dann mal eben irgendwo was ableuchten kann in den Motorraum, in eine Ecke, in, also ich sehe es wirklich bei auch jedem Handwerker, sei es oder auch, also ich sehe es bei fast jedem, also eine Gelegenheit, eine Taschenlampe zu nutzen, ist immer gut und ich sage mal, wenn man einen Stift braucht und man braucht zufällig eine Taschenlampe und man sagt, hey, warte mal, ich habe da eine Lampe, das finde ich besonders cool, ist bestimmt das Highlight überhaupt, wenn man dann einfach seinen Stift nimmt und eben alles ausleuchtet. So, in der Endcard findet ihr auch noch ein paar andere Reviews zu Olight Lampen, ansonsten wünsche ich euch was, wir sehen uns, bye, bye. 5 Lungen, 20 Lungen, 60 Lungen, 120 Lungen. 20 Lungen, 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 20 Lungen,